guten abend liebe leute einen wunderschönen hallo heute mal kein samstags kracher das heißt du darfst heute auch nicht reiben ein glück scheiße ich habe mir gar kein ausgedacht besser ist es wir haben gedacht wir machen das heute mal ein bisschen anders wir machen mal wieder eine zündeltour kein samstags kracher nur sondern nur eine zündeltour freude ja aber sowas von vorfreude anfang oktober 6 oktober und ja wir sind jetzt mal in einer location bei dahinten wo wir sonst sonst immer sind auf dem land da ist so ein wind hier ja man hört sich so dort auf der kamera ja das hoffen wir schön klasse 1 bisschen klein kram naja gut wirklich nicht da okay aber ansonsten ist ja eigentlich das übliche was er schon kennt genau hast du hans dampf bestellt natürlich ja müssen wir noch machen mensch die leute warten doch auch darauf was ich gesagt haben genau ist jetzt einfach nur so ein bisschen zündeln und für die vorfreude einfach ein bisschen hier die finger kribbeln ja die finger kribbeln ja dann würde ich sagen hier ist so wieder kalt sagt er einfach ich fang mal hör mal mit einem brummi ne mit einem vroom ja genau vroom an die kubine die sind hell genug ja dann schmeiße ich mal so ein knatterball hinterher schmeißt einfach einfach schmeißt komm wir schmeißen jetzt um die wette auch nicht so nah spinnst du ich mach das glaube ich auch so das sind natürlich immer so an die kindheit kannst du mal lokalisieren ich was gesagt hier fokussieren hallo ganz was besorgen ganz was besorgen das genau und wir sind hier aus russland deswegen sehen wir hier plattisch hey was für dünnes ja und das war aber kurz ich habe hier noch meteorit 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 sauer aua haha sauer aua bye ich habe hier gar kein licht, was erwischtet ihr jetzt? kreise 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 kreisen kreisen kreise kreise kreisen kreise 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 märchen jetzt im kreis ja ich habe ja noch bienen da ich habe auch noch bienen mehr da wir müssen eine f1 gesinnung machen ich habe nie die idee wie jetzt was aus jetzt bin ich gespannt ich folge dir blind mal sehen auf das klopft du willst mit dem feuerstaing im kreis entzünden ach Gott, du hast mir die spannung genommen ja spannend bin ich immer Ja, die Zuschauer sind auch gespannt. Mit Sicherheit. Was machen die Leute? Wird das noch was oder kriegt das nicht hin? So, dann wollen wir gucken, ob das klappt, ne? Ja, wir sind gespannt. Das soll wohl. Ah, das hat sich nicht einer gedreht, oder? Doch, ich glaube, zwei, drei haben sich gedreht, aber es sind alle angegangen. Das ist gut. Das ist gut, ne? Massenzündung. Da musst du ein Patent drauf abbilden, jetzt. Patentiert. Klasse 3, bitte. Ja. So, was haben wir denn gemacht so schönes bei dir, der Kiste? Ich mach mal ein Stromboli, ne? Stromboli. Stromboli. Was ist denn das? So ein Knatter. Okay. Ah, wie süß. Dann zipp mal dein Stromboli. Ein Stromboli. Ich versuch's mal im Dunkeln. Was ist das Dunkel, Digge? Oh, ich seh gar nichts. Jetzt sind wir schon wieder ein Böller. Ich seh, dass das... Hier! Nee, doch nicht, oder? Ja, natürlich. Stromboli. Das ist eine gute Frage. Was war das? C, glaub ich. Was war das? Ja, aber nicht, doch. Das war ruhig. Ist das gleich, Romboli? Ah, C. Das sag ich doch, Mensch. Du, geh doch mal auf mich, Mensch. Mich auch. Und hier haben wir noch noch. Handa, Feuer. Kreis im Kreis. Der sich nicht dreht. Ja. Ja, der Untergrund hat auch eine Brücke. Aber der Untergrund ist nicht ideal. Ja, aber es ist heute schon ideal. Was ist heute schon ideal? Ja, es ist heute schon ideal. Okay. Dafür habe ich auch tatsächlich noch einen. Na gut, ganz. Geil im Kreis. Erblindung. Erblindung. Oh, kürzer. Das Gewitter. Gewitter. Nois. Nois. Ich kann da gar nicht reinkommen. Nee, ich auch nicht. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Warum machen wir das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Sind wir doof oder was? Ich kram schon mal weiter, ey. Ich kann dir auf alles nicht. Na, hör mal. Das habe ich gehört. Na, hör mal. Hier, noch so ein Knallerding. Ich habe gar nicht so viel Auswahl. Aber Klein-Krieg macht ja auch nichts. Das ist ja nur ein bisschen. Im Geruch. Ja, das sowieso. Und er dreht sich und dreht sich. Oh, alles dreht sich. Alles bewegt sich. Ich habe hier noch so einen Meteoriten. Das war der Wind. Das war ja nicht alleine. Das hat auch nicht alleine gesackt. Meine Box ist schon wieder. Das soll das hin. Dann bediene ich bei meiner Box. Bei meiner Box. Ja, da liegt gerade noch so was. Hier. Und Apparat. Bisschen, der. Ähm, Bengalino. Oh. Jo. Violett, glaube ich. Aber Klein-Krieg. Oh, falsche Seite. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das hier so raus, ne? Rot-orange soll das sein. Der Kampf der Bengalinos. Schön. Voll toll. Auch wenn du das riechen kannst, ne? Ja, leider gibt es noch kein Geruchsvideo. Da müsst ihr euch auch nie gehen. Ich verzichte heute übrigens, äh, hu. Oh, das Wind ist auf. Was auf deine Schuhe? Deine Krachs, Mensch. An Paketen oder irgendwie was. Das ist zu unsicher bei dem Hund. Ja, wir sind, dafür sind wir zu hoch im Norden. Wir fliegen sogar die Schafen vom Deich weg. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Ja, aber... Fast. Der Flamme nach zu urteilen. Aua, Brenner, hört gar nicht mehr auf, ne? Eine Minute soll das sein, ne? Oder 30 Sekunden? Weiß ich gar nicht. Das waren mehr als 30 Sekunden. Dann ist eine Minute. Funkensbrühe, Funkensbrühe. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Oh, überall Glühwürmchen. Ist schon wieder so weit. Oh, nein. Das ist schon wieder so weit. Ja, Basenmeer machen wir jetzt hier mit dem Feuerwerk. Apropos Feuerwerk, Leute. Glühwürmchen, oh, was. Nee, nächste Woche haben wir ja ein Hypespiel, ne? Ja, richtig. Genau, da ist Gallimarkt. Ja. Wer kennt die nicht? Unser Volksfest. Da ist auch Freitagabend. Großes Höhenfeuerwerk am Hafen. Genau. Was soll überraschen? Es wird... Brach, ja. Ich glaube, das ist wieder Semmer, ne? Ja, das macht wahrscheinlich wieder Semmerfeuerwerk. Wir haben letztes Jahr auch und das war richtig gut. Daher, lasst euch überraschen, weiter haben wir uns raus. Da kommt richtig was Schönes hoch. Ein schönes Feuerwerk. So, was haben wir noch so Schönes? Ob wir aus dem ganzen Kleinkram gehen, was basteln? Ja, komm, wir machen jetzt einen Pyro-Kreis. Pyro-Kreis. Ja, das halbe... Kleinkram, was hier so drin ist. Genau. Ihr dürft wie immer live dabei sein. Na ja, live ist so... Ja, komm, ihr seid live, damit ihr dranbleibt. Ja, ja. Du musst dranbleiben. Wir sind live und ihr seht's auch jetzt gleich. Und ein Bengalino zum Anzünden. Du, die Idee, hast du einen Brenner? Geil. Du bist voll der Brenner. Oh, hier, das liegt doch schon gut. Ja. Machen wir jetzt auch die in den Arm. So. Und so, das ist meist so in Knattern. Das ist doch die Lasse-Schiffe-Date-Kamera, oder? Ne, das ist ja eine andere Kamera. Ah ja, richtig, stimmt ja. Da war ja was. Ich hab ja auch gewertet. Das hätte ich auch schon längst keinen Akku mehr. So, sieht gut aus, ne? Ja, du siehst gut aus. Habe ich dir Feuer. Und jetzt kommt natürlich Feuer mit. Ja, natürlich. Wann auf zu zittern. Wann auf zu zittern, Mann. So, hier, entzünde das Ding hin. Was soll die Leute denn denken, du? Wo ist denn der Brenner liegen? Auf der Brenner. Das ist der Brenner. Das andere ist ja schon wieder aus. So, und die Kamera halt. Ja, was ich sagen, hol ich den derzeit schon mal noch, den anderen Stromboli. So, machen wir den gleich mit. Stromboli, wo ist er denn? Schauen wir den noch an. So, nicht nachmachen, ne? Stromboli. Scheid, Mann. Hab ich doch, Mensch. Bescheid. Wieder ein Ziel. Was meinst du, warum wir bei dem Wind auch ein Dings machen? Ein böhmisches Licht bei dem Wind? Ja, zum Schuss. Ja, komm zu. Aber schieß bitte. Nein, ey. Hör doch mal auf, zu zittern. Tasse drauf. Boah, der Wind ist aber gut. Ja, aus fünf Schuss. A la Nico, glaube ich. Ne, Veko. Ne, Veko. Ja, aus dem Bombett. Wollen wir das zweite auch noch? Den darfst du feierlich halten. Oder? Tschüss. Yey. Alter. Ich hab die Kamera nicht mehr zu bleiben. Entschuldigung. Oh nein. Oh nein. So, dann haben wir jetzt hier noch zwei Bengalinus. Ja, wollen wir die machen? Oh, guck mal, was da noch liegt. Was liegt da denn? Ein einsamer Meteorit. Einsam und verlassen. Liegt der da einfach so rum. Einfach so. Na komm. Kannst du noch nicht alleine lassen. Tschüss. Mach's gut, Junge. Ja, mach's gut. Ja, guck mal. Zwei Bengalinus. Das sind doch noch Mystery Boys. Das ist ja Mystery News. Ein Fall für ein Mann auf Dollar an seinem Team. Was machen Sie denn da? Ja, haben wir gehabt. Improvisation. Was machen Sie denn da? Ach, was machen Sie denn da? Was ist denn mit Carsten los? Ach ja, genau. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sah besser aus. Sind das die, müsste die Boys aus dem Geisterheer? Ja, genau. Geisterstunde, wie das heißt? Ja, genau. Vom letzten Jahr. Komedie. Die sind gut. Das Komedie. Verband pyrotechnischer Industrie. Ja, kommen Sie da raus. Wollten Sie sich besser vorbereiten? Oh, ein ist aufgegangen. Das haben wir noch. Hier liegt nur eine halbe. Egal. Egal. Wollen wir einen Kreis machen? Wollen wir einen Kreis machen? Einen großen Kreis? Ja. Nein, das ist alles ein Knatterkreis. Ein Knatterkreis. Da liegt noch einer hinter dir. Du kommst mit. Du wirst hier nicht versungen. So, dann machen wir jetzt zum Abschluss noch einen Knatterkreis. Genau. Das machen wir noch eben. Ich muss mich gleich aufräumen. Oh nein. Oh nein. Aber das machen wir immer. Wir sind ja vorbildliche Pyros. Ja, das gehört sich so. Das muss sein. Aufräumen, sauber machen, das gehört dazu. Ich nenne euch ein Beispiel an uns. So, zumal du hast den besten Brenner. Genau. So, hier. Knatterrei und so. Hier, geht los, ne? Ja, doch. Auf, Basel. So, fein. Schönes Finale. Das war doch gut. Apropos Finale. Es ist ja dunkel, aber wie wär's denn mit Sonne? Sonne ist immer gut. Sonne ist gut. Wollen wir für Sonne sorgen? Wollen wir für Sonne sorgen? Ja, gut. Was haben wir denn da? Na, hör mal. Wo kommt denn das her? Ich weiß es nicht. Das steht hier einfach rum. Ist wohl Denkmal geschützt. Wo Denkmal? Weißt du zufällig, was da für eine Ausbreitung? Danke. Keine Ahnung. Das sehen wir dann. Es hat hier extrem geregnet. Davon abgesehen, aber. Du, wir werden es rauskriegen. Oder willst du es in der Hand halten? Das ist wahnsinnig, oder was? Ja, das weißt du doch. Das dreht sich gut. Ja. Ja, Glück auf. Glück auf, würde ich sagen. Ich würde sagen. Feuer frei. Feuer frei. Hier kommt die Sonne. Und viel Spaß beim Finale. Finale. Achso, weißt du, was das für ein Thema ist? Ja, WECO. WECO? Außen. Oi. Ausbreitung ist nicht so krass, ne? Einfach lustige Geräusche. Das ist nicht so krass. Ja, ich habe noch mehr Gas. Das ist so cool. Ja, die beiden werden sie sich jetzt. Das ist die Atmosis. Mütz! Die werden ich auch noch. Ja, Video laden wir dann nächste Woche hoch nach dem Feuerwerk. Hast du es denn da? Hast du es jetzt? Nicht so sicher. So, jetzt aber. Ich glaube wohl. Guck an. Cooles Teil. Boah, cool. Richtig geil. War F2. Ähm, ja. Das hat sich gelohnt. Aber das war richtig gut. Richtig cool. Gute Minute. War super. Da konnte ich nicht ganz entscheiden, aber hundertprozentig. Immer mal wieder angegangen. Ja. Aber war schön. Hundertprozentig. Ja, damit hoffen wir, dass es euch gefallen hat, das Ganze. So sieht es aus. Schöne Zündeltour. Und, äh, ja. Freut euch vor. Genau, freut euch vor. Die heiße Zeit beginnt, ne? Ja, die ist schon mittendrin. Da sind wir mittendrin. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. So, müssen wir ausmachen. Ja, gut.